So, da sind wir wieder. Ja, wie versprochen, Seilrutsche hat jetzt geklappt. In dem Sinne wünsche ich euch willkommen zurück. So rum. Wieder ein bisschen wortgefriemel im Kopf. Das ist, wenn man was sagen will und der Kopf schneller ist als der Mund. Dann passiert sowas. Aber naja. Ach ja, mein Gott. Mein Gott, mein Gott. Also wir mussten, wie gesagt, haben dann nochmal neu geladen und dann klappte das. Ja, also der Kurvenmodus scheint nicht unbedingt sehr fehlerfrei zu sein, aber es ist nichts Gravierendes. Nö, nö, eigentlich nicht. Ich meine, ob man jetzt mal neu lädt oder nicht. So, pass auf jetzt. Ich hole den oben aus dem Turm raus. Turm? Kümmer dich um den. Den. Gut. Werfegranate! Ich habe einen Visier! Werfegranate! Liebergranate! Ein Typ, ey. Ah, die Kniegel. Gegneransicht. Mit links um die Deppen. Ja, ja. Ich versuche gerade, ich versuche gerade mit der Kniegel etwas zu reißen. Anpater. Der Knie in Position. Und den Knie in Position. Na. Da. Okay, hast du ihn schon. Ich muss mal kurz die Giegel loswerden hier. Was willst du? Große Vorbereitung, hey! Jetzt kommen, äh... Jetzt kommen die Fahrzeuge. So, wir brauchen jetzt erstmal Munition. Ja, stimmt. Wo waren die? Hier. Na ja. Ich bleib hier, zur Straße hinten. Ja, bleib bei mir in der Nähe, genau. Dann können wir auch immer einen Kampfeskreis ausrufen. Wegen Leben und so. Ah, schade ich. Ja, MG ist raus. Ich bleib hier mal im Haus. Sonst ist hier nix. Links kommt noch eins. MG raus. Fahrer. Bin nicht erwischt leider. Hab ich. Ist jetzt irgendwo? Wow. Ich bin raus, lol. Ah, er hat mich mit dem Molotow erwischt. Jetzt bin ich aber... Okay, ich bin vor dem... vor dem Turm. Ja, ich bin auch gleich. Auf dem Turm. Hänge an der Leiter hier. Oh. Äh, eigentlich sollst du mich heilen und nicht hochgehen. Ja, wie soll ich dich denn heilen, wenn ich da nicht ran komme? Ah, okay. Ich war bei mir irgendwie... weiter unten. Deswegen meinte ich ja, dass du gewundert. Oh, warte mal. Ich muss mich mal heilen. Jetzt bin ich... jetzt wurde ich getroffen. Ja, es ist sehr... Ich stehe unten gedenkt an der Leiter. Es ist, äh... Komm raus. So. Jetzt aber. Ja, er hat mich ja gerade erwischt. Ich muss nachladen. Alter, du Nervensäge. Okay. Ab den Heckenschützen. Okay. So. Geh wieder in Position. Ich muss nachladen. Muss ich schon nicht aus der Zeit. Irgendwas ist rechts auf der rechten Seite. Ja. Guck immer noch. Ja, sehe ich. Okay, hol jetzt weg. Oh, oh. Sniper? Habe ich. Okay. Willst du das Gewehr haben? Das Snipergewehr hol doch mal, ja. Das ist das, was du eben gerade in der Höhle hattest. Das war ja nicht so toll, ne? Achso, nee. Das ist nicht so toll. Ach, warte mal. Könnte man denn die... Von links? Oh, daneben. Im G ist raus. Okay. Fahrer daneben. Oh. Fahrer ist weg. Komm in meinen her. Dann kriegst du einen Kaffee frei. Warte, warte. Wo sind sie? Ich muss nachladen. Ah, ich guck grad wo sie sind. Oh, da. Ah. Na also. Kommt ein Auto? Ja, muss nachladen leider. Aber ich krieg gleich. MG schützen sollte tot sein. Nee, schützt ab. Nee. Starer ist tot. Ja, warte. Dann gehst du zerwisch ich nicht, weil er hinter der Wand ist. Ja, ja. Aber er kommt. Alter. Alter. Mein Gott, ey. Die kommen... Ja, ich weiß auch nicht, woher die immer kommen. Links. Hab ich. Noch einer hinter dem Haus. Ja. Ich geh ran. Links. Kommt noch einer. Erwischt. Links kommen noch welche. Hier. Wandeltaufs. Wandel krieg ich. Perfekt. MG. Hab ich. Von wo, von wo, von wo. Nein, nein, der ist ja wieder reingegangen ins MG. Achso. Hier ist, hier sind Spritzen. Ja, hau, gut. Ja, ist sicher. Da kommt jetzt ein Konvoi. Den müssen wir, glaub ich, ausradieren, ne? Boah, ist das nicht schon ganz alt vorbei? Wo ist denn hier? Die Spritzen? Keine Ahnung. Gehe ich nicht. Spritzen, 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 Spritzen. Hier, hier, hier. Boah, das Auto ist explodiert. Scheiße. Ja, musste doch. Ach. Hinter dir ist Hund. Ja, hast du. Okay, du bist dein Leben, Robert. Komm mal her, hier. Ich muss erst mal weg. Guck mal, worauf fackt auch noch einer. Hab ich. Das meinte ich ja. Jetzt, wir sollten hier mal uns verdrücken. Ich muss erst mal in Deckung. Ja. Ja. Ja, das guck ich jetzt. All die Schweine ab. So, ich bin in Position. Von rechts irgendwo? Ja, ich gucke da, ich seh' ne. Ausgeschaltet. Von rechts ist noch was, warte, ich hab' ihn. Noch einer. Ich hab' ihn. Ja, ich seh' ne. Ja, hinter hinten. Ja, schön. Sniper? Du musst nachladen. Wo? Genau, den kann ich jetzt ja auch besitzen. Da oben ist ein Sniper. Von links kommen auch welche. Ja, ich bin auf dem Weg. Von links oben, ach da. Hast du? Ja, zwei Step. Wo sind die denn? Hier. Hier, ich hab's ne. Hier. So, macht man das. Ja, dahinter kommt auch noch einer. Gut. Ja, der Jo mal. Auto? Sniper, den krieg ich. Warte, Achtung, Hund. Oh, warte. Wie dein Dieb. Oh, Hund ist da drin. Eiger durch. Ja, warte, ich kämpf' gerade mit dem. Warte, du kannst ja nicht so leben. Was ist die krasse, Denster? Der Film jetzt ist er tot. Warte, um, lange an, auf, 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 auf. Der kumpte ist aus. Ich hab's ne Granate. Alter, der hat ganz viel Leben. Ja, warte mal, ich muss mich gerade mal heilen. Ich muss nachladen, pass auf, da kommt eine Menge auf die Tür. Ja. Warte mal, hier war irgendwo ein Fass. Alter, jetzt ist doch noch ein Sniper hier. Okay, war noch... Er hat ausgeschaltet. Der Juggernaut kommt. Unter dir quasi. Okay, ja, ich seh's. Ich such gerade ein Fass. Wir waren doch irgendwo fässer. Ah, ich muss hier weg. Ja. Ach, ich seh, glaube ich. Ja, doch noch mal weg und dann kommst du mal los mit Hals. Okay, der Juggernaut hat schon mal Granaten abbekommen. Hat nicht mehr viel, glaube ich. Ah, ein Drittel noch ungefähr, ich bin noch bewegt. Nicht nur der Juggernaut, glaube ich, ich seh kein Arme mehr. Ja, ja. Okay, genau. Oh, jetzt lauf. Lauf, 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 lauf. Oh, ich kann nicht, ich kam nicht mehr weg. Jetzt musste... Oh, jetzt... Irgendwie leckt er erst gerade. Ja, ja. Ja, ja. Ich lauf mal weg. So, wo ist er? Kannst du ihn mal markieren? Da. Ja, hier. Achtung, der Fette kommt auf uns zu. Ich muss nachladen. Ja, ich muss mich heilen. Alter, der hat aber auch viel Leben, ey. Na ja, ich hab ja diesmal kein MG, ne? Hier ist ein MG? Munition, Munition, Munition. Kein Sniper in Munition, ne? Ah, scheiße. Hä? Alle Spiele sind ausgerechnet. Hä? Ja, es ist... Hä? Also... Irgendwie... Das ist jetzt komisch, wirklich komisch. Ja. Sehr komisch. Okay, greife den Konvoi an. Hab ich doch schon gemacht. Warum müssen wir das jetzt nochmal machen? Keine Ahnung. Das hat das Spiel wohl nicht geschnallt, ja. Das Spiel wollte nicht, dass wir gewinnen. Ja, ich hab das MG wieder im Übrigen. Ja, gut. Alles nachladen. Und ich ist hier. Haltet ihn auf. Ja, denn... Ah, die Runde lief gut. Ja. Ausging, MG ist weg. Da, Füfte. Rollt ihr euch. Fahrer fährt einfach weiter. Tschüss. Nächste Dauer. Vorsicht. Da kommt einer mit der Wally. Meine MG ist raus. Neu. Hab ich. Ja, ich hab's gesehen. Meine rechts. Irgendwo einer. Alter, hier ist irgendwo ein Mally-Typ. Warte mal, ich guck mal, ob ich den erwische. Ah, da ist er. Erwischt. Alter, ich hab voll den übelsten Soundbug. Ach, komm schon. Musst nachladen. Ich auch. Oh, jetzt bist du dran. Wer ist der denn? Da oben war so. Jetzt ist rechts noch irgendwo einer. Frag mich nicht wo. Irgendwo hinterm Haus. Ich geh mal schauen. Ich geh mal Minimap da. Hier ist nichts. Ich seh ne? Ja. Ach hier, ich hab ihn. Oh mein Gott. Bin aber auch gerade scheiße. Ja. Aber jetzt dürften wir weiterkommen. Ja, links kommen welche. Erwischt. Das war sicher nur der Anfang. Da kommen noch mehr hinterher. Ich lad mal nach, die Pumpgun. Ich glaub, hier ist die Pumpgun gar nicht mal so verkehrt. Ja. Oh, kommen sie denn von links? Ja. Ich hab voll den Soundbug. Das klingt als, als, als wenn das irgendwie so ein Schwimmbad wär. Oh, oder so. Okay, von links kommt wieder ein Auto. Ja, wo kam der denn jetzt her, ey? Ich hab noch ein paar Schuss. Ich glaub, hier ist gar keine schlechte Stelle, wo ich jetzt bin. Ja. Aber das ist halt übelst der Soundbug. Rechts. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Da ist noch einer. Zwei, sehe ich. Ausgeschaltet. Gut. Auto kommt. Und hier ausgeschaltet. Fahrer ausgeschaltet. Yo. Ich glaub, hier hinten war noch einer. Hier ist noch einer, genau. Von links wieder. Von hier oben vom Berg aus, wo ich bin. Ja, warte. Bomb. Ausgeschaltet. Das Nachladen. Rechts an der Straße. Links, meine ich. Entschuldigung, links. Ausgeschaltet. Yo. Liebt der noch hier? Ja. Okay. So. Ich lad mal nach. Kann mal die Munition aufbuchen. Ja, 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 ja. Das ist eine gute Idee. Wir haben sie bald erledigt. Jetzt kommt gleich der Dagger in Out. Ja. Denk dran, ne? Die Opposition. Ich glaub, es kommt eher noch ein Auto. Äh, jep. Und dann wahrscheinlich der Fahrer ausgeschaltet. Alle tot, ja. Denk dran. Auto explodiert. Erstmal kommt noch, erst mal kommt noch die, äh, kommt noch ein Auto. Fahrt, furcht's da, okay. Das ist jetzt ausgeschaltet. Ähm, okay, daneben geschossen. Ausgeschaltet. Das ist jetzt ausgeschaltet. Das ist jetzt ausgeschaltet. Nichts annehmen, das wäre auch nicht so sinnvoll. Na ja, ich würde das nur noch gucken. Boah, Alter, in dem Augenblick geht's hoch, ey. Deswegen, das soll man vielleicht nicht machen. Sniper und hinten am Haus ist einer. Lauf, 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 lauf. Der Sniper, runter mit den Köpfen. Kommt noch ein Auto. Äh, öp. Hier ist man wieder auf Position. Und? Hier ist irgendwo ein Hund? Ja, hier ist Position. Pack auf den Hund auch. Und ist tot. Ich kann mich jetzt erwischen. Alter, was hab ich denn ewig für... Irgendwie müssen wir aber gleich mal schauen. Irgendwie hab ich übelst Internetprobleme. Ein, das ist ein Sniper. Oh, das gibt's ja nicht. Kann ich nachladen, pass auf. Ja. Oh, jetzt kommt er. Ja, er kommt wieder durchs Haus. Pass auf, der kommt direkt auf dich zu. Okay, wo ist er denn? Oh, der von mir hier. Markier ihn, das seh ich ihn doch. Da ist er. Ja, ja, ich seh. Ich hole, ich weg. Ausgenockt. Oh, ich muss nachladen. Wow. Hab mir gerade noch mal wieder nachladen. Ja, ja. Da musst du mir mal Feuer... Was sagen. Was schoss hier gerade noch? Ja, 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 hab ich gesehen. Irgendwas... Da schießt noch was. So, ich geh mal direkt. Genug Sport für diesen Mord. Hä, was war nur los. Okay, jetzt hat's geklappt. Jetzt hat's geklappt. Ja, ja, ja. Also, wer hat Hunger? Der Schlüssel der Daten gefunden. Ja, dann können wir die gleich wieder freigeben, oder? Ja. Und ich kann meinen MG nochmal gleich umbauen. Das ist irgendwie... Genau, ich wollte auch nochmal nachschauen. Und du wolltest wegen der Einstellung irgendwie nochmal nachschauen. Ja, ja, die Einstellungen sind unverändert. Nur die, äh... Internet, oder was? Das Internet spackt irgendwie immer kurzzeitig rum. Na, starten wir mal den Router neu. Ja, 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 ja. Warte mal, ja. Erstmal. Das kann aber auch sein, dass das einfach nur gerade Internetprobleme sind. Das ist nur ganz, ganz kurz. Das ist nicht wild. Das ist nicht wild. So, Rotpunkt-Visier. Leichter Lauf, ja. Nein. Nö, hat er ja irgendwie nicht genommen gehabt, das Visier. Hm, okay. Wir nehmen den Stahlkern. Ja. Und zurück, was hab ich denn für ne... Warte mal. Ähm. Ich denke mal, Guy hat was bekommen, ne? Äh, Rückstoßverringern. Ja, warum nicht? Nimm mal mit rein. Ja. Ich bin dann eigentlich fertig. Ja, gut. Dann mach' alles. Ja. Ja, wort. Ja. Okay. Ja, dann... Ihr habt jetzt... Ja, gut. Wir haben ja das letzte Mal länger gemacht, aber es ist ja in Ordnung. Das ist okay. Na ja, gut, liebe Leute. Dann, äh, sehen wir uns, äh, ja, in der nächsten Folge, nicht? Boah, ist ganz schön warm, ne? Ja, ist heute echt warm. Und wenn ihr euch fragt, ne, was man an einem Samstag, sonnigen Samstag, äh, Samstag machen soll, da, äh, kann ich euch nur sagen, zocken, zocken, zocken. Und zwar in kurzer Hose. So, bis denn, mach's dir, tschö. Bis denn, tschüss, komm gut nach Hause. Bis denn, tschüss, komm gut nach Hause.